hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder zum thema zusammenarbeit in der virtuellen realität diesmal aus dem medizinischen bereich und es geht darum dieses skelett aus knochen die hier auf dem tisch liegen ja praktisch zusammenzubauen zusammenzupusseln und ich jetzt die einzelnen teile hier nehmen dann an die richtige stelle legen und sobald ich das tue erscheint dann ein kleines klingeln und dieses klingeln signalisiert dass hier der skelett kopf an der richtigen stelle ist und jetzt schauen wir mal hier das sieht eher aus wie so ein bein der ist es nicht vielleicht das ist der auf der anderen seite ja da passt er schauen wir hier genau hier sind die armknochen hier haben alle und ja mal die das schienbein praktisch da muss mal schauen welche von beiden es ist nummer eins und nummer zwei das sind die schienbeine das relativ einfach die füße links und rechts hier der torse kommt mit rein das ist relativ einfach ja die wirbelsäule passt an die richtige stelle jetzt gehen wir mal um den tisch herum und nehmen die anderen teile ich habe wieder oberschenkelknochen relativ großen das ist dann wieder der oberarm knochen ist auch relativ groß hier haben wir das becken jetzt mir auch wunderbar ein jedes könnte sich um ein schulterblatt handeln das ist vielleicht dass da drüben ja sie gut aus noch ein schulterblatt das kommt auf die andere seite dann haben wir jetzt noch die hände das können sogar beide nehmen die gehört hier hinein und dann haben wir noch das müsste hier ende und speiche sein ende und speiche drüben hin und haben hier noch die schlüssel beine die nehmen wir mit ja das ist super die kommen hier oben noch entsprechend rein und unser unser skelett ist zusammengebracht und führt uns einen kleinen tanz auf ja super das ist ja mal klasse das heißt also nach dem zusammenbau haben wir auch noch eine kleine animation und das ganze ist geschafft sie haben es gesehen auch hier anhand eines kleinen beispiels in der vr zusammenarbeit gestaltet in form dass mehrere jetzt hier um den tisch sein könnten dieses gerippe zusammenbauen und auch hier ist es so wenn ich den knochen an die richtige stelle tue dann sieht man schemenhaft oder hingehört ist erscheint ein kleines klingel symbol und der name des knochens wird mir angezeigt also so könnten sie räume am schulungsmaßnahmen ausbildungsmaßnahmen im rahmen von die auszubildenden arbeiten zusammen aufbauen um hier das eine oder andere zu lehren und zu lernen das war soweit bis dann danke tschüss ausbildungsmaßnahmen 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 ausbildungsmaßnahmen